Für alle Eigenheimbesitzer bietet die Salzburg AG die Sonnendach-Aktion mit eigenem Sonnendachrechner auf der Homepage an. Im ersten Schritt können Sie damit die eigene PV-Anlage planen. Nach dem großen Interesse auf das 100-Dächer- und das 250-Dächer-Programm der Salzburg AG, in den vergangenen Jahren gibt es jetzt eine neue Aktion für die Errichtung von privaten PV-Anlagen. Das Salzburg AG Sonnendach ist unser Angebot für Privatkunden, für Photovoltaik. Der Kunde kann wahlweise über sechs oder zwölf Jahren Laufzeit gegenüber einem monatlichen Pachtzins die Photovoltaikanlage von der Salzburger AG pachten. Den Strom, den die PV-Anlage produziert, gehört dem Kunden, kann er selber nutzen, spart er sich auf der Stromrechnung. Den, den er nicht selber nutzt, der wird rückvergütet und ins Netz eingespeist. Für umweltbewusste Hausbesitzer steht eines fest, die eigene Energiegewinnung kann maßgeblich zum Umweltschutz beitragen. Die Anlagengröße liegt zwischen 2,4 und 5,4 kbp, wahlweise mit oder ohne Speicher. Der große Vorteil unseres Angebots ist, dass wir uns um alles kümmern, inklusive der Fördereinreichung. Die Anmeldung erfolgt über den Sonnendachrechner auf der Webseite der Salzburger AG. Dort bekommt man schon im Vorfeld wertvolle Informationen zu Größe, Kosten und Nutzen. Für alle, die die Anschaffung eines Elektroautos planen oder bereits elektrisch fahren, ist eine hauseigene PV-Anlage besonders optimal. Auch hier können Sie auf die Beratung unserer Experten zurückgreifen.